Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Undertale. ITC hat die Tammys besucht, beziehungsweise sie sind geflüchtet im letzten Part und das tut mir unglaublich leid, weil ich ohne Scheiß, ich liebe diesen Gegner, weil ich liebe die Tammys, aber schade, naja, egal. Hattest du jetzt, achso, hattest du aus dem letzten Part eigentlich noch ein Template? Woh, Mann, wuh, 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 ja, herzhaft. Auf keinen Platz. Ähm, ja gut, na lass auch stecken, weil ich weiß halt nicht, ob du den Special Enemy, den Tammys, im letzten Part of the Night, umgefallen hast oder nicht, weil doch, weil, ähm, wenn wir den älteren Templates hätten füttern können, der wäre ja wahrscheinlich überaus gerastet. Die Viecher sind so brutalst oft Zucker. Aber, wir sind ja, wir sind ja ein Genocidal Maniac und, ähm, könnten da lesen. Without candles or magic, to guide them home, the monsters used crystals to navigate. Ja, geh mal zurück, warte, warte, geh mal zurück. Da, die Lampe. Ja. Alright. Waschua and the army. Wir stehen auch irgendwie so auf einander, ne? Ja, no need for a swimming suit. Da habe ich auch ein Held und habe auch einen Riefel. Alter, aber ein Kombi-Attack von dem ist schon eins. Und er schwitzt uns an! Ah, nein! Ich blieb hier nicht entgegen! Power on his muscles! What's to drop? Hey! You won! Yay! Ring, 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 ring... Ich find das Area cool gemacht, aber es passiert ein bisschen zu wenig. Aber da kommt irgendwie sowieso... ...der alte Adventure-Spiel da wieder raus. Und das ist ja genau das, was das Spiel tut. Es bestraft dich ja dafür, dass du es zockst wie ein RPG. Wenn du den kompletten Genocide-Run durchziehst, dann... ...ignoriert dich ja einfach jeder Arsch. So... Das Nägel hoch... ...und rechts... ...das rechte rechts... ...und... ...dann... ...genau. Äh... Da haben wir es jetzt! Ja! Ja! Alright! Und wir haben... Wir haben auch noch eine schöne Zeit! Noch eine... Behind you! ...und... 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 Verstehst du, Mensch? Das ist deine einzige Chance zur Redemption. Geh auf deine Soul oder ich werde es aus deinem Körper schreien. Und nein! Ich werde dir helfen! Ganz einfach. Yo! You did it! Undine ist right in front of you! Ich hoffe, dass er ein Fanboy ist. You've got front row seats to her fight! Wait. Who's she fighting? Hey, Kai! Yo, at me on Twitter and Facebook! You aren't gonna tell my parents about this, are you? Can I get your ICQ-Number? You aren't gonna tell my parents about this, are you? You're not gonna tell my parents about this, are you? No. Yeah, then go back. Ah, and now you can go up. Alright. It's strangely silent. Okay, now they're holding the ass again. Now they're holding the ass again. Okay. 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 However, there is a prophecy. Der Alte hat nicht gesagt. Er hat gesagt, es gibt keine. The Angel, the one who has seen the surface, they will return and the underground will go empty. Aber geil, dass Andein dich... Kannst du da nicht sprechen? Ja, doch. Determination. Haben wir echt alles umgebracht? Anscheinend. Krass. Ähm, all right, okay. Jetzt wird's lustig. Yell! Ach ja, schon wieder. Dass Andein dich da aber getrapped, gedisst hat mit der Blume, finde ich total geil. Yell! Andein told me to stay away from you, but I want your ICQ-Number. She said you, you heard a lot of people. But, but, yo, that's not true, right? I checked out your SoundCloud. Jo, why won't you answer me? And what's with that weird expression? Ja, ich dachte, ich dachte, ich muss drinnen. Oh, oh man! Man! My, my heart's pounding right out of my chest! What would Andein do? Yo! You, 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 you better stop right there! You are, you are... Cause if you wanna hurt anyone else, you are... You're gonna have to get through me first! End, end, end! In my way, check my, you know, check. Monster Kid! Looks like 3 XP! Withers anxiously! Und dann hat sie auch keinen Helm mehr an. Es macht ihr Name auch ein bisschen Sinn. Emo-Kid verschwindet. Es ist nichts. Irgendjemand, mit nur einem Schlag, bin ich bereits... Oh gut, ohne Scheiß, wir sind auf Max-Level gerade. Also 10. Love. Already. Dammit. Papyrus. Alphys. Asgore. Just like that. Merkst du, Asgore wird echt immer groß geschrieben. Die müssen den irgendwie allesamt schreien, oder so? Ja. I've failed you. Was? Wir haben schon gewonnen? Sagt er, es kommt voll der epische Kampf. Du bett, Sir. Für einen epischen Kampf. No, my body. It feels like it's splitting apart. Like any instant, I'll scatter into a million pieces. But, deep, deep in my soul, there's a burning feeling I can't describe. A burning feeling that won't let me die. This isn't just about monsters anymore, is it? If you can burst me, you will destroy them, won't you? Monsters, humans. Everyone? Everyone's hopes, everyone's dreams vanquished in an instant. But, I won't let you do that. Right now, everyone in the world. They can feel their hearts beating as one. This grinsen gefällt mir nicht. And we all have one goal. To defeat you. Human, no, whatever you are. For the sake of the whole world. I, Undyne, will strike you down. Keep it shut down. Andres? Mhm. You're gonna have a try a little harder than that. The heroine appears. Undyne is the heroine in this playthrough. Ehm, their heart is actually a green one. Check it out or whatever. Undyne is the undyne. Ninety-nine attacks, ninety-nine defense. The heroine reformed by her own determination. The supreme. You must die. Die Wind ist hohling. Die Wind ist hohling. Oh, Tastes! Hey! Hehehe, Recover! Ihr gebt ihr, Samus! Du hast dich richtig platt, Junge! Können wir's holen. So, ich geh jetzt in der erste Runde. Das ist auch ziemlich heftig, wie ihr... Wie ihr sehrendes Auge da hart am Blitzen ist. Jetzt hat sie dich verarscht, hast du gemerkt? Ja. Die Roten sind nicht als erstes angekommen. You cannot give up just yet! Knofi, stay determined! Und dein ist... richtig heftig. Ja. Ja, dann probier nochmal. Aha, muss ich mir den schon wieder antun. Yo, Dude! I... I heard some things and... What? Ja, das... das Spiel... Das Spiel macht's dir auch einfacher jetzt. Also nicht im Kampf, sondern... Superspielen das einfach mal. Ja, genau. Siehst du, sie skippt ihn eigentlich nicht. Das Spiel ist da sehr verzeihend. Also zumindest... Was heißt verzeihend? Es verzeiht dir eigentlich so gar nicht, weil Undine würde dir jetzt echt noch ein paar Mal in den Arsch drehen. Das ist nämlich ein actually harter Bossfight. Weil, wie gesagt, sie ist die Hilde im Spiel. Wie gesagt, das Spiel ist unglaublich unterdenkt. Weil, wie schon... ... die Hilde haben gerade gekünft. Ja... Ich denke, Kraft ist sehr. Und äußisch meine... Das ist so ängste Idee, dass er übernimmt, ob er sich diese Hälfte für diesen kleinen... Garbage? Was ist die Formation? Der neue Tor ist der Torvaldor. Und wie die einfach so die Anleiner bekommen haben, so ein Blocker-Test gefällt mir, das ist so. Okay. Ähm. Man kann, man kann, man kann, man kann die hohe Energie, und man kann wirklich spielen. So ein Blocker-Test. Aber das ist ganz gut. Ja, die ganze Zeit mit dem Strolling dahinter, mit der Müllung da. Oh mein Gott. Guts, Junge! Der hat gesessen. Ja, jetzt verarscht sie dich. Ja, wir haben scheiß Heilungs-Items. Wir müssen eigentlich irgendwo noch... Und... Wow! Der war heftig. Ja, Alter! Ah! Der war ganz gut. Hast du nicht? Instinkt im Gesprächkeit, äh... Das Teil der Schilddämpfe? Das ist einfach so... Kass! Wow! Wow! JUSA! Hahaha! Die ist viel! Die ist echt assi, die Tante. Ja! Your fate rests upon you! Genopi, Slade of Hermant! Fertig machen! Das ist halt echt mal ein krasser Gegner. Ja... 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 Ja gut, wir können... Wir können es nicht noch mehr Hundesalat machen, ne? Ja... Ja... Ja gut, wir können es nicht noch mehr Hundesalat machen, ne? Ja... Ja... Der... Der... Der Dog Salad wird nur... Ist immer nur der letzte Slot, der aufgefüllt wird, meine ich. Nein. Oh, krass! Ja, okay. Dann... Dann... Okay, cool. Dann macht ihr... Dann macht ihr noch... Filled up with dog residue. You finished using it. An uneasy atmosphere. Das ist so dumm, ey. Ja... Wahrscheinlich... Zu ner... Bestimmten... Prozentsatz... Oder so... Yay! Rest of your inventory filled with dog residue. Ne... Oder... Ne, vergiss es. Probier es noch einmal. Okay. Okay... Okay... Vergiss es, stopp mal eben. Dann machen wir hier an der Stelle Part Ende. Ähm... Und suchen uns irgendwie bis zum nächsten Part einfach irgendwie noch ein paar Heilungsitems, Sondern, äh... Treten wir an Dein richtig in die Fresse. Und hoffen, dass das diesmal funktioniert. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir sind dann raus für heute. Thumbs up for Undyne.